Herzlich willkommen zu unseren EM-Tipps mit dem Finale in der Gruppe A. Genau, Italien gegen Wales, Schweiz gegen Türkei, alle gleichzeitig, Sonntag 18 Uhr und hier unsere Tipps. So, und so sieht's aus vor diesem entscheidenden Spiel beider oder aller vier Teams in der Gruppe A. Die Italiener sind schon durch. Frage nur, kann Wales noch den Gruppensieg holen? Dazu müssten sie gegen Italien gewinnen. Und zwischen der Schweiz und der Türkei geht's immerhin noch auch um Platz 2, 3. Alles ist noch eigentlich drin. Für die Schweiz, für die Türkei eher weniger. Genau, aber wir wissen ja auch, es kommen diverse Dritte weiter und Wales ist eigentlich mit den vier Punkten schon sicher in der K.O.-Runde. Das heißt, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren, spielt nicht die größte Rolle. Bisher gab's dieses Duell neunmal und alle neun Male gab es kein Unentschieden. Das können wir also schon mal ausklammern. Italien bisher mit sechs Toren, null Gegentore. Zwei wirklich gute Spiele. Wales avanciert hier zu meinem Lieblingsland. Die haben richtig geil und couragiert gegen die Türkei gespielt. Gegen Schweiz konnte man's ja wegen Magenta TV, wer hat es denn schon, nicht anschauen. Aber man darf eins nicht vergessen, so klein das Land ist, das ist die zweite EM-Teilnahme. Beim ersten Mal waren sie im Halbfinale. Warum nicht wieder, wenn die so geil spielen? Ja, oder noch besser, wenn sie schon zum zweiten Mal dabei sind, beim ersten Mal schon im Halbfinale waren. Wales ist übrigens nur ein Vierzigstel so groß wie die Türkei zum Beispiel. Und ja gut, wer weiß, die Türkei ist schon relativ groß. Es ist halt so mit drei Millionen Einwohnern ein kleines Land. Aber die haben sich in die Herzen der Leute gespielt, glaube ich. Jedenfalls alle, die nicht jetzt unbedingt Fans der Türkei waren. Denn sie haben nicht nur gut gekämpft, sondern sie hatten viele Torchancen. Bale, immer wieder auf Ramsey, immer wieder der gleiche Pass. Die Türkei hat's nicht unterbinden können, um nicht zu sagen, nicht gecheckt. Und dann sind die Waleser auch noch zum Elfmeter gekommen, den Gareth Bale in den Himmel gejagt hat. Also dieser Sieg hätte noch höher ausfallen können. Andererseits, wenn man so die Referenz Schweiz nimmt, da haben die Waleser echt Glück gehabt, noch einen Punkt zu holen. Auch da haben sie gut gekämpft, während Italien die Schweiz in ihre Einzelteile zerlegt hat. Und Italien, je spätestens nach dem Schweiz-Spiel auch für viele Experten zu den Top-Favoriten zählt. Unser super Chris hat das ja schon vor der Europameisterschaft gesagt, dass er die Italiener als Favorit zieht und sogar drauf setzen würde. Aber, ja, schauen wir einfach auf die Quoten, weil viel ist gesagt worden. Und wieder sind die Italiener klarer Favorit mit einer 1,5er-Quote. Spricht nochmal nichts dagegen. Warum sollte Italien jetzt ein paar Gänge zurückschalten, wenn man gesehen hat, wie die die beiden Heimspiele in Rom bisher bestritten haben? Die haben auch in der 80. Minute noch gelaufen. Die sind vor, die haben gekämpft, die haben gute vertikale Pässe gespielt. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass sie gegen Wales jetzt nicht nur mit dem Unentschieden zufrieden sein würden. Und Wales, so gut sie gegen die Schweiz und gegen die Türkei gekämpft haben, ist Italien halt einfach noch eine andere Hausnummer. Ja, und Italien kommt ja noch dazu. Sie haben seit 29 Spielen nicht mehr verloren. Ich habe auch mal runtergescrollt bei den Duellen. Die letzte Niederlage gab es gegen Portugal 2019 im September. Da haben sie 1 zu 0 verloren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt ausgerechnet gegen Wales verlieren werden. Man darf ja nicht vergessen, auch wenn sie schon sicher weiter sind, es geht auch um die Platzierung. Und da gehst du doch lieber als Gruppenerster in die K.O.-Runde. Und gibt es nicht noch diesen sehr verdienten ersten Platz, wo sie gerade stehen, ab. Ja, vor allem, weil es ja auch wirklich gar nicht abzusehen ist, dass Italien irgendwie erschöpft ist, durchknickt. Auch wenn Chiellini jetzt angeschlagen vom Feld ging. Es wäre schon eine weitere Überraschung, wenn Wales hier einen Punkt holen würde und sogar vielleicht gewinnen würde. Glaube ich aber nicht. Und die Wette auf Italien mit 1,5 ist leider ein bisschen zu schlecht. Vielleicht trotzdem, Asian Handicap Italien minus 1 ist auch nicht so meine Wette, weil ich hier vom knappen Italien-Sieg wirklich ausgehe. Also vielleicht ein 1-0, das wäre so am sinnvollsten, weil die Italiener halt eine bockstarke Defensive haben. Du hast ja gesagt, super krasse Siegesserie. Seit 48 Spielen nicht mehr verloren. Nein, Spaß, weil letztes Mal einer gemeint hat, ich höre dir nicht zu. Aber es geht ja auch darum, dass sie auch seit 10 Spielen ohne Gegentor sind. Auf der anderen Seite, die Valisa haben in den letzten 12 Spielen siebenmal ohne Gegentor gespielt. Gegen Italien werden sie an ihre Grenzen stoßen wahrscheinlich, weil dieser Manuel Locatelli saugeile Schüsse drauf hat. Und diese zwei Tore, ja, man hat es ihm gegönnt. Insigne ein bisschen schwach, Immobile auch mit Glück. Schweini hat gesagt, ja, Manuel Neuer hätte den Schuss gehalten, aber ein Jan Sommer halt nicht. Deswegen aber gegen Wales sollte Immobile vielleicht auch wieder treffen. Und ja, die haben schon ein paar gute Offensivkräfte, dass sie auch gegen Wales Tore machen können. Deswegen letzte Option, die wir hier hätten, wäre eine Untertorwette, Übertorwette. Das ist auch schwierig, weil einerseits kann Italien auch wieder 3-0 gewinnen. Andererseits hat Wales kämpferisch schon Mittel dagegen zu halten. Schwer zu tippen. Wir gehen davon aus, Italien gewinnt knapp, aber die Buchmacher eben auch. Und deswegen ist es schwer, hier Value zu finden. Oder siehst du es anders? Nee, gar nicht. Gar keine Wette sehe ich hier. Aus zweierlei Gründen. Du hast es schon gesagt, Italien habe ich auf dem Zettel für den EM-Sieg. Und Wales ist jetzt gerade von der Leistung von den ersten beiden Spieltagen, für mich die positive Überraschung, hat so einen kleinen Lieblingsbonus. Deshalb keine Wette. Und man weiß nicht, was passiert. Spannender finde ich da schon zu schauen auf das Spiel Schweiz gegen Türkei. Oder hast du hier noch was? Ich wollte fast noch sagen, mir brennt es fast unter den Fingernägeln, doch darauf zu setzen, dass mehr als 2,5 Tore fallen. Natürlich hat Italien eine gute Abwehr, aber gegen Gareth Bale und Ramsey an einem guten Tag wie gegen die Türkei können die auch gegen Italien treffen. Chiellini ist vielleicht nicht dabei. Der Kapitän und der Innenverteidiger, der Koloss in der Abwehr der Italiener. Das könnte ein Argument sein, muss man allerdings bis zur Aufstellung warten. Und ja, jede Serie endet mal. Auch die 10 Siege der Italiener ohne Gegentor oder die gute Bilanz der Valisa ohne Gegentor. Also ich muss auch sagen, die haben vor der EM 3-0 gegen Frankreich verloren. Was ähnliches könnte ihn gegen Italien auch drohen. Denn die Italiener haben ja 3-0 als Lieblingsergebnis. Deswegen liebäuglich schon damit, aber auch ein knapperer Sieg wäre natürlich im Bereich des Möglichen. Also nagel mir nicht fest. Ich werde hier nicht wetten und auch nicht tippen, aber ich sage 2-1 für Italien. Und das wäre dann natürlich krass, wenn die ein Gegentor gegen Wales bekämen. Ist ein halber Sieg für Valis. Jetzt geht es weiter mit Schweiz gegen Türkei. Die beiden Enttäuschungen in der Gruppe. Die Schweiz hätte 3 Punkte haben können, konnten aber dann den Sack letztendlich nicht zumachen. Gegen eben Wales und die Türkei scheitert ein bisschen an ihren Ansprüchen. Zumindest die Ansprüche der Fans wurde hier auch in den Kommentaren gesagt. Was ich besonders erschreckend finde, dass Burak Yilmaz, der Stürmer mit 36 Jahren, noch der auffälligste ist. Der kämpft, aber er lamentiert auch sehr viel. Und das gefällt mir im türkischen Spiel nicht. Die von den ersten beiden Spielen ist da genau das Gegenteil der Fall wie bei Italien oder Wales. Da sind elf Freunde gefühlt auf dem Platz. Die klatschen sich ab, die kämpfen. Die rennen auch noch in der 90. Minute zu viert wie wild auf das gegnerische Tor, haben Krämpfe. Und in der Türkei wird sich gegenseitig eher angeschrien. Nicht in der Türkei, bei der türkischen Mannschaft wird sich eher gegenseitig angeschrien. Und die Schweiz, die ja immer schon so als ein Contender oder Mitfavorit auf Viertelfinale, Halbfinale ist und auch einige gute Bundesligaspieler in den Reihen hat, die können auch nicht zufrieden sein, so wie sie vorgeführt worden sind gegen Italien. Ich erwarte hier ein sehr offensiv geführtes Spiel von beiden, weil beide müssen sich mit einem richtigen Bums aus der EM verabschieden. Vielleicht zumindest einer von den beiden wird es ja definitiv treffen. Und da wollen die bestimmt nicht defensiv rangehen und sich dann am Ende vor die eigene Fans stellen, vor die Presse und sagen, naja, wir haben halt ein 0-0 geholt und dann noch gratis 1-0 kassiert. Ich erwarte hier tatsächlich ein Feuerwerk von beiden. Und du? Man erinnert sich ja vielleicht noch an dieses Skandalspiel zwischen der Schweiz und der Türkei um die EM oder WM-Quali vor ein paar Jahren, als dann wirklich danach die Türken Jagd auf die Spieler der Schweizer gemacht haben und die verprügeln wollten oder auch verprügelt haben, weil das Spiel für die Türkei nicht so gut lief. Und ich glaube, dass das noch irgendwo bestimmt ein bisschen verankert ist und dass auch, glaube ich, die Schweiz mit der multikulturellen, mit vielen Leuten aus vielen Nationen, die Türkei so ein bisschen sehr viel Konfliktpotenzial bietet, sodass es hier die beste Wette wäre, einfach auf viele gelbe Karten zu setzen oder vielleicht sogar, dass eine rote Karte passiert. Wie das Spiel ausgeht, finde ich, dass die Schweiz zu Unrecht ein bisschen so verstärkt Favorit ist, weil sie halt in der Weltrangliste wesentlich besser positioniert sind als die Türkei. Deswegen haben sie natürlich diesen Platz, weil sie viel mehr Punkte oder Spiele gewonnen haben in der letzten Zeit. Auf der anderen Seite, ja, also für mich das Naheliegendste wäre jetzt einfach ein Unentschieden, weil ich hier keinen favorisieren würde, eine Wette auf die Schweizer dementsprechend zu schlecht bewertet wäre und ein Unentschieden mit einer Viertel-Einheit würde mir gefallen, würde ich nehmen. Da ist nicht viel kaputt, wenn es nicht unentschieden wird, weil in so einem Spiel kann ja schnell eine rote Karte passieren und dann geht es irgendwie aus, was keiner gerechnet hat. Lass den Jan Sommer mal irgendwie den Yilmaz umgrätschen, dann fliegt der Sommer vom Platz und dann muss der Ersatzkeeper rein und so weiter. Das wäre ein Szenario, das man sich gut vorstellen kann. Was man sich noch vorstellen kann, ist, dass hier, wie du schon gesagt hast, einfach viele Tore fallen, weil die keine andere Option haben. Die müssen halt einfach offensiv spielen und dann ergeben sich vor allem für die Schweiz wie eben für die Valise auch sogar gute Gelegenheiten, da die türkische Abwehr nicht die sattelfesteste ist. Die Schweizer Abwehr, ja, kriegt auch eigentlich immer ein Gegentor. Das heißt, beide Treffen wäre eine Option oder eben über 2,5 Tore bei 1,8. Muss man auch einfach mal mitnehmen, die 1,8. Das ist ja eher eine klassische 2,5-Tore-Quote. Wir sind ja in der EM tatsächlich mit den über 2,5-Quoten sehr verwöhnt. Aber ich habe jetzt auch nicht im Kopf, ob mehr oder weniger als die Hälfte der Spiele über 2,5 Tore gehabt haben. Das schauen wir uns doch mal nach der Gruppenphase an, ob es Sinn gemacht hätte, auf jedes Spiel einfach über 2,5 zu setzen. Und das ist unsere Wette für dieses Spiel. Ich finde nicht, dass du auf Schweiz oder Türkei setzen solltest. Rein wetttechnisch hätte die Türkei sogar mehr Value. Schweiz gar nicht. Die Quote ist eine Frechheit. Ich sehe dieses Spiel eher 50-50, vielleicht 60-40 maximal Schweiz. Und mein Ergebnistipp, Radek, 2 zu 2. Ja, gut, ja. Dem spricht wenig dagegen. Also schließe ich mich an. Dann wissen wir das ja, wie das Spiel ausgeht. Und schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare. Und dann sind wir echt gespannt, ob es die Schweiz noch schafft ins Achtelfinale. Ich würde Ihnen die Daumen drücken. Für die Türkei ist es selbst mit einem Sieg wahrscheinlich schwierig, weil dann hätten sie drei Punkte und sind darauf angewiesen, dass in den anderen fünf Gruppen zwei noch schlechter wären als diese drei Punkte auf Platz drei. Dann, das kann schon sein. Aber dann müssen sie eben bis zum letzten Spiel der Gruppe F mit Deutschland gegen Ungarn abwarten, ob da noch irgendwas passiert. Und dann sitzen sie auf gepackten Koffern und müssen dann vielleicht wieder die Sachen auspacken. Das will ja auch keiner. Also lieber eine klare Entscheidung. Die Schweiz gewinnt oder unentschieden und ist dann weiter. Und dann freuen wir uns auf das nächste Video morgen. Daumen nach oben, abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Danke euch. Jetzt abonnieren. Jetzt abonnieren.